guten abend meine damen und herren zu diesem video heute diesmal werde ich euch zeigen wie ihr songs in spotify reinmachen könnt so dass ihr sie dann auch auf dem handy abspielen könnt und auch auf dem pc über spotify abspielen könnt die meisten von euch oder viele von euch werden bestimmt wissen wie das geht ihr braucht das video nicht weiter anschauen ich werde am anfang aber auch noch zeigen wie man songs von cds am allereinfachsten ript ohne windows media player da gibt es ja ein anderes cooles programm oder was das macht wenn er die dann hier drin habt könnt ihr die mit eurem handy synchronisieren und dann könnt ihr auf eurem handy einfach ganz normal abspielen und ja ist ziemlich easy eigentlich aber es gibt ein paar probleme die dabei auftreten können und ich werde euch jetzt ein bisschen zeigen wie das geht fangen wir erstmal an wenn ihr eine cd eingelegt habt dann könnt ihr mit dem programm das heißt cdx könnt ihr die tracks von einer cd rippen das heißt hier in meinem cd laufwerk habe ich gerade noch dreams drin und die können wir dann eben hier extrahieren ja als mp3 speichern oder cd tracks to wav oder mp3 können wir glaube ich auch da to compressed audio files genau also da können wir es als mp3 speichern als erstes mal bei spotify solltet ihr immer mp3 dateien haben und keine anderen dateien so jetzt haut ihr die in irgendeinen ordner rein das heißt völlig egal wo bei mir ist das jetzt auf einer zweiten festplatte unter music music und da haben wir dann dreams und ja hier haben wir dann diese titel die dateienamen stehen ganz vorne diese nicht so wichtig für das sortieren und die anzeige in spotify also seht ihr hier die werden hier irgendwo angezeigt was wichtig ist zum titel interpret album und was immer dafür kann ich ein anderes programm empfehlen ihr könnt das einzeln machen mit mit rechtsklick eigenschaften und dann könnt ihr hier bei details könnt ihr das alles eintragen mit unterbreiten die album interpretieren die album dreams jahr 2016 titel nummer eins hiphop länge blablabla könnt ihr da alles einträgen der titel und bewertung und alles mögliche mit einem programm das ist mp3 tag das findet er ganz einfach wenn er sucht das braucht er jetzt aber nicht dafür könnt ihr könnt ihr könnt ihr diese titel relativ einfach editieren und ihr könnt auch relativ einfach ein cover hinzufügen sieht man hier das dreams cover dass ich per hand eben da hinzugefügt habe zu diesem album man kann das auch per hand machen mit einem text den man schreibt und dann ist es auch drin aber ja da muss man ganz genau wissen wie es geht auf jeden fall habt ihr dann euren ordner mit eurem ding drin da könnt ihr dann ganz noch mal abspielen werde ich jetzt nicht machen von youtube und copyright blablabla und ja wenn ihr das da drin habt könnt ihr in spotify reingehen könnt ihr schließen sollt ihr euch natürlich merken wo es gespeichert habt dann geht ihr in spotify rein geht auf einstellungen oder steuerung p kommt ja auch eine einstellung dann scrollt ihr runter hier lokale dateien steht irgendwo da steht bei uns bei euch das dann nicht drin dann geht er auch hier auf quelle hinzufügen und dann geht er auf ich in meinem fall jetzt dieser pc doc y music music dreams 2 ok habe ich aber schon deshalb lass ich es jetzt sobald wir das da drin haben geht er auf lokale dateien sucht da mal nach dreams wenn er das richtig benannt habt dann kommen halt hier die ganzen tracks von dreams so in dem fall kommt hier auch noch rolli das habe ich jetzt da nicht rein gerippt sondern die spotify version aus dem vorteil hat dass es auch über ein anderes gerät abspielen könnt was nicht immer geht wenn er das nur so auf land auf jeden fall seht ihr dann eure tracks hier drin in der regel dass das müsste immer funktionieren so lang es mp3 ist wenn es nicht sofort funktioniert startet mal spotify ein neues starte mal ein computer neu dann sollte es in der regel schon drin sein man sollte das ja auch finden wenn er wenn er die richtigen namen eben habt so nach dreams dann ihr könnt kein album in dem sinne erstellen die diese verknüpfung über dreams das funktioniert nicht also müsste eine neue playlist erstellen hier gibt ihr den namen dreams dem könnte dann auch noch ein cover geben also da könnt ihr euch dann das sparen was was bei mp3 tag auch geht ja wir brechen das ab ich habe schon eine playlist streams lokal dateien da habe ich dann leader reingezogen und da könnt ihr sie dann sortieren so wie sie halt gehören im endeffekt so wie sie halt auf dem album sind könnt ihr sie dann sortieren weil sie sind eventuell nicht sortiert wenn er jetzt auf euer handy zugreift könnt ihr auf spotify gehen und dann könnt ihr hier ich jetzt mal die bibliothek playlist lokal dateien und haben wir dreams und da gibt es dann oben den schalter das sollte ausgegraut sein bei euch aber ihr solltet das abspielen können und dann geht es schiebt den klick einmal auf downloads runtergeladen so wenn es nicht funktioniert was sehr gut möglich ist dass es nicht funktioniert dann sucht ihr mal nach firewall bei windows ich weiß nicht wie es bei apple genau ist und dann könnt ihr habt kommt ihr hier zu diesem einstellungsfenster hier oben müsste auf einstellungen ändern gehen dann könnt ihr hier was ändern dann geht ihr runter zu spotify ihr könnt einfach hier in diesem fenster irgendwas anklicken und spot eingeben und dann kommt ihr spotify exe hat berechtigung und zwar die berechtigung privat die firewall zu nutzen wenn es bei euch diese haken nicht drin dann macht den haken rein da muss ein haken sein und da muss ein haken sein da muss keiner sein aber macht auch nichts wenn da einer drin ist völlig egal auf jeden fall da muss ein haken sein sonst kann spotify nicht mit eurem handy kommunizieren das ist ziemlich nervig bei windows manchmal und ja hat auch schon für viele probleme gesorgt bei mir auf jeden fall wenn ihr das gemacht habt sollte es euch zeigen dass ich ich hatte damit auch mehrere probleme also wenn es bei euch nicht funktioniert könnt ihr mal schreiben vielleicht kann ich euch ja noch bei irgendwas anderem helfen aber das programm cdx ja ich werde es in die beschreibung packen vermutlich aber ihr findet es auch so wenn ihr einfach danach googelt so funktioniert es auf jeden fall mit covern bei spotify ist es mittlerweile relativ einfach weil ihr hier einfach das cover bild wählen könnt für eure playlist ja das ist die allereinfachste möglichkeit hier ein album einzukriegen geht natürlich auch mit nicht alben sondern hier habe ich jetzt irgendwelche random tracks so geht auch das problem ist eben ich kann jetzt zum beispiel rolli kann ich halt jetzt auch mit einem gerät abspielen zum beispiel mit dem receiver im wohnzimmer aber die ganzen offline tracks die lokalen dateien kann man halt nicht über so ein receiver abspielen weil die ja nicht online auf spotify sind sondern nur für euer netzwerk und für euren account genau aber so funktioniert es auf jeden fall so ladet ihr eure dateien in spotify könnt ihr sie ganz normal abspielen geht ganz easy und ich hoffe euch hat das video geholfen ich weiß die meisten wissen wahrscheinlich schon aber ja es wurde öfter mal gefragt wie das geht und wie man bilder rein kriegt und alles mögliche hier ist jetzt kein bild das könnte ich auch ändern aber das ist auch eigentlich unnötiger aufwand so häufig also wenn album lohnt sich es vielleicht aber sonst naja wenn ich jetzt hier was abspielt wird eben auch das bild links angezeigt und nicht nur oben genau in diesem sinne danke fürs zuschauen und haut rein bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal